Hier ist wieder die komplette Pool-Landschaft bei Rio Helios Paradise, es ist morgen, es sind jede Menge hier hinten, ist genug Platz, Ausblick hat man super schön, das ist der ganze Sonnenstrand, hier sieht man den ganzen Sonnenstrand, die Partymeile geht so nach vorne bei dem Hochhaus, bei dem Hochhaus, das muss man sich als Ziel setzen, rechts hoch, da kann man dann schön shoppen gehen, und da ist dann auch die ganze Partymeile, es sind so zwei Kilometer, man läuft so, das ist eine gute Stunde mit über dem Bummenzimmer gelaufen, war sehr schön.